Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank, dass du dir dieses kleine Erklärfilmchen anschaust. Denn wenn du Aufnahmen machen möchtest oder einen Stream starten möchtest und folgende Fehlermeldung erscheint. Fehler beim Öffnen des NVEC-Kodex Generic Error in an External Library. Also Fehler des NVEC-Kodex, ein allgemeiner Fehler in einer externen Datensammlung. Versuchen Sie die neuesten NVIDIA-Treiber zu installieren und andere Aufnahmeprogramme wie NVIDIA Shadowplay, Windows Game, DVR zu schließen, welche NVEC möglicherweise verwenden. Das Lustige ist, ich habe hier den neuesten NVIDIA-Treiber drauf und ich habe auch die neueste OBS-Version drauf. 29.1.2, also derzeitig jetzt an dem Tag, wo ich es aufnehme. Auch beim Stream kommt diese krude Fehlermeldung. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um herauszufinden, woran es liegt. Ich habe jede Menge Foren durchsucht, sei es OBS-Foren oder NVIDIA-Foren, woran es liegt. Es waren immer fast die gleichen Antworten, neuer Treiber runterladen, neu installieren und so weiter und so fort. All das war nicht zielführend. Es waren auch einige Vorschläge dabei, ja nur gut, okay, wir müssen mal eben gucken. Dann ändere doch mal die Ausgabe von NVIDIA auf 264. Aber das ist nicht zielführend, da nämlich ich ganz gerne über die Grafikkarte rendern möchte. Sowohl auch bei der Aufnahme. Also habe ich mir die Mühe gemacht, um genau herauszufinden, woran das liegt. Gut, gehen wir wieder hier mal auf Cancel. Als erstes muss ich sagen, ich bin ein Nested Scenes Benutzer. Das heißt also verschachteltes 10. Und ihr könnt hier ungefähr sehen, wo was hier ist. Nicht wahr? Verschachtelte Szenen Film, wie zum Beispiel hier oder die Neongitarre. Und bei allen verschachtelten Szenen hier wurde mir von einem sehr berühmten und bekannten YouTuber folgender Tipp gegeben. Und zwar sollte man unter Eigenschaften die Hardware-Dekodierung verwenden, falls die verfügbar ist. Somit habe ich also sämtliche Medienquellen, die ich hier habe, also die ganzen Filme, habe ich, warte mal, nehmen wir mal hier ein Spulentonband, habe ich überall hier die Hardware-Dekodierung verwendet. Weil dann die CPU entlastet wird und das zu Lasten der GPU geht. Jetzt gehe ich mal wieder hier auf die leere Szene. Nun, nachdem das Recherchieren im Netz überhaupt nicht erfolgreich war, habe ich mich nach ein paar Wochen herangesetzt, um zu gucken, woran es wirklich liegt. Das ist ein NVIDIA-Systemmonitor, ein kleines Tool, welches ich mir installiert habe. Und da könnt ihr sehen, was hier genau läuft. Ihr werdet euch natürlich fragen, was steht denn hier? Gut, ich nehme hier nicht über Windows auf, sondern ich mache das alles über Linux. Und ich lasse auch ein Linux OBS laufen, welches natürlich exakt das gleiche ist wie in Windows. Und in Windows kann man solchen Fehler auch produzieren, indem ich hier verschachtelte Szenen schon alle vorrennen lasse. Ich war der irrigen Meinung, dass die Hardware-Dekodierung erst dann in Kraft tritt, sobald sie hier in den Quellen angezeigt wird oder hier in meinen vorgefertigten Szenen. Dem ist aber nicht so. Es läuft nämlich alles im Hintergrund. Und das lässt sich hervorragend an dieser RAM-Anzeige der GPU erkennen. Wir sehen hier, das Ding ist ja randvoll. 100 Prozent. Also ich habe eine etwas ältere Grafikkarte. Aber ich hatte vorher diesen Fehler nicht gehabt. Und jetzt sehen wir, wie viel wir hier ausgelastet haben. Also fast alles. Und das lässt diesen komischen Fehler erscheinen. Auch beim Stream. Wie können wir Abhilfe schaffen? Nun gut. Ich werde es mal zeigen. Ich werde nämlich alle meine Filmchen, die ich hier habe, werde ich den Hardware-Dekodierer mal... Ich werde den Hardware-Dekodierer mal hier rausbringen. Und achtet mal auf die Kurve hier. Seht ihr, wie sie leicht zurückgeht? Das ist der ganze Grund, warum diese krude Fehlermeldung kommt. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr für Speicher gesorgt. Also 3,56 Gigabyte werden hier nur benutzt. Und jetzt versuchen wir doch mal, ob die Aufnahme startet. Und wir sehen, die Aufnahme wird gestartet. Dass das für einen Stream funktioniert, ist klar. Ich aktiviere nun mal kurz den Stream, aber man kann ihn noch schnell wieder beenden, ohne dass der Stream bei Twitch erscheint. So. Da läuft es doch. Jetzt mache ich ganz schnell wieder zu. Das ist des Rätsels Lösung. Wir machen mal folgendes. Ich mache mal das Ganze wieder rückgängig. Um auch wirklich zu zeigen, dass das daran liegt. Und wir sehen, der Speicher, der GPU geht wieder in die Höhe. So. Habe ich ihn hier schon. Ja. Hier nochmal wieder. Und habe ich das? Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht. Doch. Batsch. So. Bis zum Rabbit, glaube ich. Genau, da ist alles drin. Gut. Jetzt sehen wir hier, dass es wieder ein bisschen abgesunken ist. Er könnte eventuell noch aufnehmen. Um das, um den Speicher der GPU wieder voll zu machen, werde ich einfach mal hier irgendwie mal hier so drauf rumklicken. Und ihr seht rechts, wie sich das hier wieder anfühlt. Und jetzt ist er wieder sehr, sehr voll. Ich werde nochmal, ach nee, das brauchen wir nicht. Ich werde hier nochmal kurz reinklicken. Und dann versuchen wir mal, das Ganze nochmal zu starten. Und hier ist der Fehler wieder. Also, der Beweis dafür, dass wenn der Speicher zu voll ist eurer GPU und ihr in verschachtelten Szenen arbeitet oder ihr unter Szenen sehr viele Medienquellen habt, wo die Hardware-Dekodierung aktiviert ist, dann läuft der Speicher voll und es kommt zu dieser Fehlermeldung. Vielen Dank, dass ihr es euch angeguckt habt. Gebt mir einen Daumen und abonniert mich. Herzlichen Dank und auf Wiederschauen.